Großer Bahnhof für die Volleyballerinnen des BTV Luzern. Nachfassnächtliche Klänge, welche die Stimmung anheizten und insgesamt 500 Zuschauer, die dabei sein wollten, wenn ihr Lieblingsklub im dritten Playoffspiel den dritten Sieger ringen würde. Die Vorzeichen standen gut. 14 Siege in der Tau. 15 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 Siege in der Tau. 16 Siege in der Tau. 15 Siege in der Tau. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.